Hi, ich bin Stefan von Grube und ich möchte euch heute unsere neue Waschbärfalle mit Greifauslösung vorstellen. Für die Fangjagd gelten die gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes. Grundsätzlich ist aber immer ein gültiger Jagdschein und ein Fallenschein notwendig. Die Falle ist aus hochwertigen Siebdruckplatten hergestellt und wird fertig montiert in den Abmessungen 1,40 x 30 x 31 Zentimeter geliefert. Die Greifauslösung erfolgt über ein Edelstahlgestänge. Weiterhin verfügt die Falle über Sichtfenster aus Drahtgitter und zwei Tragegriffen aus Gurtband. Wichtig ist, dass die Rücklaufklappe nach dem Stellen der Falle zurückgeklappt wird. Die Besonderheit dieser Falle ist die Greifauslösung. Der Waschbär muss den Köder greifen, um die Falle auszulösen. Somit ist ein Fehlfang von anderen Tieren nahezu ausgeschlossen. Eine weitere Besonderheit ist ein angebauter Metallclip, der das Öffnen der Falle komplett verhindert. Für alle Fallen bieten wir natürlich einen entsprechenden Abfangkasten an. Als Köder für Waschbären empfehle ich Obst oder Leberwurst. Weiteres Zubehör wie elektronische Fallenmelder oder Lockmittel findet ihr auf unserer Homepage und zusätzliche Informationen wie zur Standortwahl oder wie viele Fallen pro Revier benötigt werden, gibt es im angehängten Magazinbeitrag. Viel Erfolg beim Fangen!